Muss man sich im Vorstellungsgespräch denn alles von den Firmen gefallen lassen? Meine Antwort ist ganz klar. Ich sage nein, das müssen Sie nicht. Es gibt sogar fünf Gründe, ein Vorstellungsgespräch vorzeitig abzubrechen. Welches diese Gründe sind, das werde ich Ihnen gleich erzählen. Mein Name ist Martin Berle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und als Autor von Büchern wie Noch so ein Arbeitstag und ich dreh durch und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt schauen wir uns mal die fünf Gründe an, von denen ich sage, das ist Grund genug, ein Vorstellungsgespräch abzubrechen. Grund Nummer eins, den ich relativ häufig von meinen Klienten rückgemeldet bekomme, ist der unzumutbare Wartezeiten. Klar, es kann mal in einer Firma etwas drunter und drüber gehen und man kann auch als Gast dieser Firma mal fünf oder zehn Minuten warten. Aber wenn die Höflichkeitsfrist überschritten ist, wenn wir von Wartezeiten sprechen, von über einer halben Stunde, dann sind wir an der Grenze dessen, was man einem Bewerber zumuten kann. Spätestens ab einer Dreiviertelstunde empfehle ich Ihnen, die Füße in die Hand zu nehmen und wieder zu gehen. Gerade wenn Sie von weit her angereist sind, wenn Sie Rückreiseverbindungen haben. Hier können Sie auch mal ein Signal setzen, eine Grenze ziehen. Denn wenn Sie zu Ihrem Vorstellungsgespräch nicht auftauchen würden, eine Dreiviertelstunde über die Zeit hinaus, dann wäre die Sache für Sie gelaufen. Und eine Firma, die Sie so behandelt, schon bei Ihrem ersten Besuch dort, schon beim ersten Date, mit der hätten Sie keine glückliche Arbeitsbeziehung. Das verspreche ich Ihnen. Zweiter Grund, ein Vorstellungsgespräch abzubrechen, das sind unzumutbare Gesprächspartner. Man hat ja manchmal Gesprächspartner, die sich pflegelhaft benehmen, die Unverschämtheiten von sich geben, die einfach nur wie die Axt im Wald agieren. Das sind meistens nicht Personaler, sondern das sind Fachvorgesetzte oder manchmal auch Geschäftsführer. Und wenn jemand gegenüber Ihnen jedes Gesetz der Höflichkeit verletzt, wenn jemand sogar unverschämt wird durch die Art, wie er auftritt, dann finde ich auch, können Sie eine Grenze setzen und ein solches Gespräch mit dem Hinweis darauf verlassen, dass Ihnen das Verhalten nicht gefällt und dass Sie nicht vorhaben, sich das jeden Tag gefallen zu lassen. Dritter Grund, warum Sie Vorstellungsgespräche verlassen können, das sind unverschämte Fragen. Wenn Sie merken, dass Ihnen Fragen gestellt werden, die Ihre Würde und Ihre Intimsphäre nicht respektieren, wenn Ihnen ungesetzliche Fragen gestellt werden, wenn Sie als Frau daraufhin verhört werden, ob Sie eine Schwangerschaft planen oder nicht, wenn Sie als Mitarbeiter behandelt werden, als wären Sie ein Schwerverbrecher mit Strafregister und man unbedingt herausfinden will, was Sie auf dem Kerbholz haben, was Sie verbrochen haben, wenn man in Ihre Zeugnisse Dinge reinliest, die da überhaupt nicht drin sind, wenn Sie unter Generalverdacht stehen, dann finde ich es ganz konsequent, wenn Sie eine solche Atmosphäre spüren, dass Sie ein Vorstellungsgespräch vorzeitig verlassen und dass Sie auch darauf hinweisen, dass Sie sich solche Fragen nicht stellen lassen wollen. Ich komme auf den vierten Punkt zu sprechen, das sind pauschale Diffamierungen. Ich habe es gerade neulich erlebt, da hat sich jemand beworben aus einer Arbeitslosigkeit heraus bei einem mittelständischen Unternehmen und der Chef, der fing dann an, über Arbeitslose zu sprechen, dass ja die meisten, die mehrere Monate arbeitslos sind, gar nicht arbeiten wollen, dass die Faulheit umgeht und mein Klient, der war halt auch ein Dreivierteljahr arbeitslos, der hat gemerkt, dass er hier angegriffen, dass er hier diffamiert wird. Warum hat man ihn dann eigentlich zu diesem Gespräch eingeladen, frage ich mich. Und er war dann so konsequent und hat das Gespräch verlassen. Jetzt gibt es noch einen fünften Grund, warum Sie ein Vorstellungsgespräch verlassen können. Und zwar die klare Einsicht, dass es zwischen Ihnen und dieser Firma einfach nicht passt. Wenn Sie merken, es wird nichts, es wird garantiert nichts, weil die Aufgabe anders ist, als Sie sich das vorgestellt haben, weil das Gesprächsthema anders ist, als Sie es erwartet haben, wenn Ihnen diese Erkenntnis kommt, dann ist es eigentlich nur fair, dass Sie weder Ihre Zeit noch die Zeit Ihrer Gesprächspartner verschwenden, dass Sie also sagen, ich merke an dieser Stelle, dass es nicht passt zwischen mir und Ihrer Aufgabe. Deshalb finde ich es richtig, Ihnen das zu sagen. Und damit können Sie eigentlich nur punkten, wenn Sie es klar und deutlich machen. Und ich will Ihnen jetzt noch ein Beispiel geben zum Abschluss für eine unverschämte Frage, die sich ein Klient von mir stellen lassen musste. Der hat sich in einem Callcenter beworben, der war schon Anfang 60, und er führte das Gespräch mit zwei ziemlich jungen Schnöseln, dem Leiter und seinem Stellvertreter. Und irgendwann gegen Ende des Gespräches, da senkte dann der Callcenterleiter seine Stimme und flüsterte, Können Sie mich hören? Natürlich höre ich Sie, sagte mein Klient. Was soll denn das, was Sie so flüstern? Ja, ich wollte mal testen, ob Ihre Ohren noch in Ordnung sind in diesem Alter. Da ist er aufgestanden, da ist er gegangen. Das finde ich richtig gut, wenn man sich an der richtigen Stelle abgrenzt. Wenn Sie es interessiert, wie Sie im Vorstellungsgespräch so richtig tolle Antworten geben, schauen Sie in meine Geheimakte Vorstellungsgespräch. Da sind die 150 besten Antworten drin und noch ein Geheiminterview mit einer Personalerin. Lassen Sie gerne den Daumen nach oben weisen, wenn Ihnen dieses Video gefällt. Verlinken Sie es, legen Sie Playlists an, abonnieren Sie den Kanal. Darüber freue ich mich und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrlöhm